Wow, was ist das denn? Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem erneuten Adventskalender-Unboxings. Heute mit einem, den ich persönlich bis jetzt, ja ich würde schon sagen am spannendsten finde. Und zwar haben wir den Essence Adventskalender, Happy Holidays Advent Calendar, 24 Türchen und das ist nicht der, den man selber zusammenbasteln muss. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ich erkläre euch so ein paar Spielregeln meiner Adventskalender-Unboxing-Videos. Ich bewerte den Preis, das Design und die Produkte und ihr könnt den gesamten Inhalt der Kalender gewinnen. Ich habe mittlerweile eine 60 Liter Ikea-Kiste voll mit Produkten aus Adventskalendern, die ihr gewinnen könnt. Das einzige, was ihr machen müsst, ist diesen Hashtag in die Kommentare posten und ich packe dann, mittlerweile sind es bestimmt 20 Pakete für euch, die ich euch dann kurz vor Weihnachten zukommen lasse, damit ihr ein bisschen Freude daran habt. Heute haben wir den Essence Adventskalender und der ist optisch richtig, richtig schön. Der ist recht kompakt, der ist nicht so groß, dass er überall nur doof rumsteht und man kann ihn so aufklappen. Wir haben hier eine Seite und wir haben hier eine Seite und ich verrate euch natürlich nicht, was in welchem Türchen mit drin ist. Es stehen hinten auch die Produkte drauf, dafür sind wir aber da mit den Videos, dass ihr wisst, was ist da drin und dann selbst entscheiden können. Der Kalender kostet 25 Euro. Aktuell gibt es den auch im DM, habe ich ihn auf jeden Fall schon gesehen. Dort steht er. Online findet ihr ihn aber auch. Ich verlinke ihn euch bei Amazon, da ist er manchmal sogar noch ein Stückchen günstiger. Können wir einmal ganz, ganz kurz nur über dieses Make-up reden. Das ist ein Full-Face-Influencer-Make-up. Das ist letzte Woche, Freitag glaube ich, online gegangen, also jetzt vor ein paar Tagen. Hüpft da gerne mal im Anschluss des Videos vorbei und lasst da ein bisschen Liebe da, weil das ist ein wirklich krasser Look. Okay Freunde, wir starten. Ah, Schaschlik-Spießchen. Wir haben also Manicure Cuticle Sticks. Da sind fünf Stück drin, glaube ich. Damit kann man so ein bisschen die Maniküre machen. Schreibt mir gerne mal, ob ihr mit solchen Produkten arbeitet. Ich mache obviously keine Maniküre. Ich kann mir aber vorstellen, dass die ganz hilfreich sind. Und das muss ich sagen, das finde ich bei Essence und Catrice immer ganz besonders gut, dass das Design der Produkte auch an den Adventskalender angepasst ist. Da hat man dann keine Produkte drin, die sich im Laufe des Jahres nicht verkaufen ließen, sondern ja wirklich extra dafür hergestellte Produkte. Also hier sind übrigens auch immer so kleine Sprüche mit drauf auf der Innenseite. Have yourself a many little x-mix. Achso, also auch angepasst an die Produkte. Wir haben einen pH-Reacting Glitter Lip Balm. Und können wir bitte einmal darüber kurz reden? Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt in der Kamera. Na komm, Fokus. Der sieht richtig, richtig schön aus. Das ist halt einfach ein Hingucker. Diese pH-Reacting Lip Balms sind so ein bisschen, ne, haben wir mittlerweile wahrscheinlich alle zu Hause. Das ist aber eine süße Sache, weil man den in der Tasche, ich habe immer gerne sowas in der Tasche mit dabei, weil man da einfach dann mal schnell wieder ein bisschen was drauf machen kann, um so ein bisschen Farbe auf den Lippen zu haben. Funktioniert phänomenal gut, auch auf den Wangen als Blush, wenn ihr keine Foundation tragt oder unter den Augen als Color-Corrected. Wir haben ein Eyeshadow Shader Brush. Auch der ist extra verpackt in einer Weihnachtsverpackung. Ich mache den auf, kommt. Ach ja, auch süß. Auch der ist so ein bisschen glitzerig. Ist ein sehr, sehr kleiner Pinsel, mit dem man so ein paar Detail-Arbeiten machen kann. Hier könnt ihr ihn auch noch einmal sehen. Süße, süße Sache. Ich mag die Essenspinsel tatsächlich sehr gerne. Wir haben einen Highlighter und auch der ist extra angepasst an das weihnachtliche Thema. Das ist ein X-Mas Highlighter for a super beautiful golden glow during the festive season mit Macadamia-Öl. Ist ein etwas kleinerer, hat so ein schönes Sternflocken-Pressing und ist eine recht inklusive Farbe. Nicht zu hell, nicht zu dunkel, kann man ansonsten bestimmt auch gut als Lidschatten benutzen. Sehr süß. Wir haben Mattifying Oil Control Paper. Das würde ich jetzt sagen, ist tatsächlich ein Filler-Produkt. Die Dinger sind aber echt krass. Also ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wenn ihr einen langen Tag habt und euer Make-up wird ölig in der T-Zone, dann sind die Dinger echt gut. Du legst sie rauf und es zieht das Öl weg, ohne die Foundation kaputt zu machen. Ist, würde ich jetzt sagen, ein Filler-Produkt. Ist aber tatsache auch wieder hier weihnachtsmäßig angepasst. Uh. Wir haben eine I Love Extreme Mascara Crazy Volume. Auch die ist wieder ans weihnachtliche Thema angepasst. Das ist... Ich weiß nicht, ob ihr das auch so schätzt wie ich. Hier ist einmal das klassische I Love Extreme Bürstchen. Ob ihr das auch so schätzt wie ich. Ich finde, das ist immer ganz besonders und es ist halt echt teuer, wenn man das extra produziert. Wisst ihr, was ich meine? Süße Mascara lieben alle. Wir haben ein paar weihnachtliche Nagelsticker. Auch die finde ich süß, weil sie angepasst sind. Ist jetzt kein Produkt, was ich benutzen würde. Tatsache benutze ich aber auch eigentlich keine Adventskalender mehr. Also ich kriege einen von Danny und ich bastele Danny ein. Das finde ich süß im Vergleich zu einem anderen. Da waren Blitze oder so mit drin. Ist das weihnachtlich passender. Weiter geht es mit einem Lippenpflegestift. Overnight Lip Mask. Auch hier weihnachtlich wieder angepasst. Die ist mit Scheeröl und ist so ein bisschen Fliederfarben. Also das ist eine Lippenpflege für die Nacht. Riecht gut, ganz zart und ist im Winter bei trockener Haut, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das ist auch ein Produkt, was man nicht kaufen kann. Also das macht Essens immer ganz clever. Das sind keine Produkte, die man so im Standardsortiment hat. Wie auch bei Catrice ist so ein bisschen Skincare mit drin. Und da haben wir hier diese Augenpatches, die mit einem Sterndesign kommen. Finde ich auch süß. Ist ein paar mit drin. Kann man sich gut. Ich benutze die eigentlich fast jeden Tag, so Augenpatches. Meistens die von How Cosmetics. Aber die sind wirklich, wirklich süß. Wir haben einen Nagel Basecoat. Pocket Whitening Nail Basecoat. Ein Optically Brightened Nail. Also der hält den Nagel auf. Der ist ganz, ganz leicht bläulich und ist auch hier made in Poland mit Sterndesign. Bis jetzt ein Nagellack. Das ist okay. Wir haben ein Brow Wax Pen. Damit kann man seine Augenbrauen so ein bisschen formen. Ich persönlich mag die nicht. Aber auch hier seht ihr wieder. Ein eigens dafür hergestelltes Produkt, was natürlich auch ohne Farbe funktioniert. Das ist viele benutzen können. Könnte man vielleicht sogar mal ausprobieren. Wir haben einen Nagellack mit so einem goldenen Reflex. Auch der sieht ganz süß aus. Das sind Zopfgummis. Wir haben ein Paket Zopfgummis. Sind auch jetzt nicht so basic Zopfgummis. Ist aber, ja, ist okay. Ist süß. Ist süß. Uiuiui. Das ist ein neues Produkt. Und das ist der Juicy Bomb Lip... Lippen Jelly sind das, glaube ich. Shine Lip Gloss. Auch der ist an die Weihnachtszeit angepasst. Ich will nur mal dran riechen. Oh ja. Der riecht so ein bisschen nach Erdbeere und Kirsche. Ich mag die ganz gerne im Alltag. Die sind halt süß. Das ist auch etwas, wenn man ein bisschen jünger ist vielleicht. Die sind halt gut zu benutzen. Wir haben einen Kajalpenzel in Schwarz. Um den einfach auf die Wasserlinie zu geben. Das ist auch so ein Produkt. Das kaufe ich mir immer von einer günstigen Brand wie Essence oder Catrice oder so. Es macht für mich einfach keinen Sinn, Kajals von teuren Marken zu kaufen. Wirklich nicht. Wir haben einen Anspitzer. Einmal für große und für kleine Stifte. Ja, ist okay. Ist made in Germany sogar. Wir haben einen weiteren Lippenstift. Ein Sheer Lipstick. Auch das ist eine sehr, 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 sehr schöne Farbe. Ist so ein zarter Rosenholzton. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. In der Mitte ist sogar so ein kleines Herz mit drin. Der noch ein bisschen Pflege mit drin hat. Auch das ist eine süße Sache. Hat jetzt keinen intensiven Geruch. Ist okay. Wir haben noch einen Nagellack. Der ist in so einem zarten Baby Millennial Pink. Auch den kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht als French Nail Design. Ist süß. Okay, wir haben eine Nagelfeile. Das ist so ein Standard Adventskalenderprodukt. Ich weiß gar nicht, warum. Aber ganz kurz nochmal. Der kostet 25 Euro. Nicht 70. Wir haben eine Handcreme. Die habe ich tatsächlich auch aus dem letzten Jahr in meiner Tasche gehabt. Und ich habe die eigentlich ganz gerne benutzt. Mit Sheer Butter und Vitamin E. Ist süß. Handcreme kann man immer gebrauchen. Gerade im Winter. Wow. Was ist das denn? Das ist ein Color Correcting Mattifying Powder. Ich glaube, ihr könnt es erkennen. Das hat so ein paar grüne und ein paar rosane Pigmente mit drin. Und dadurch gleicht es die Farbe des Gesichtes aus. Sehr, sehr süß. Ich glaube, es gibt es so im Standardsortiment auch gar nicht. Es geht weiter mit Make-Up. Und zwar haben wir hier einen Blush Lighter. Das ist ein leicht glowiger Blush in so einem zarten Rosé-Apricot-Ton. Auch hier ist jetzt in der kleineren Größe. Ich finde, bei Blushes ist das aber völlig in Ordnung. Auch hier ist er wieder angepasst mit diesem Weihnachtsmuster. Das heißt, wir haben Blush-Highlighter und Puder. Wir haben Lippenstifte. Und wir haben noch zwei weitere Pinsel. Wir haben ein Eyeliner-Brush und einen Angled Eyeshadow Blender Brush. Ich lasse die jetzt mal zu. Die sind ja für euch. Aber das war tatsächlich der Inhalt des Essence Adventskalenders. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich wirklich überrascht. Weil, okay, wir haben ein paar Filler-Produkte wie ein Anspitzer oder eine Nagelfeile und ein paar Zopfgummis. Auf der anderen Seite haben wir aber angepasstes Make-Up an den Adventskalendern. Wir haben Make-Up mit drin. Wir haben Pflege mit drin. Und ich finde, das passt zu Essence. Essence ist ja mittlerweile nicht mal mehr unbedingt nur noch eine Beauty-Marke, die nur Make-Up hat. Sondern, wenn ihr euch vor die Theke stellt, dann seht ihr ja auch Pflege. Ihr seht buntere Produkte. Ihr seht Nagelprodukte, die auch so ein bisschen mehr on Brand sind, als wäre das jetzt, weiß ich nicht, ein L'Oreal Adventskalender oder ein Maybelline Adventskalender. Deswegen muss ich sagen, finde ich den vom Inhalt her für den Preis auch gar nicht schlecht. Würde ich empfehlen, wenn man die Essence-Produkte mag, vielleicht wenn man den verschenken möchte an jemanden, der etwas jünger ist vielleicht, die sich gerne mit Make-Up auskennt. Ich glaube, damit hat man wirklich eine gute Sache gemacht. Ich verlinke ihn euch gerne einmal. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare zu diesem Adventskalender. Und dann bedanke ich mich, dass ihr heute mit dabei wart. Und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!